Samstag, 31. August, 15.30 Uhr, Freiburg gegen SFC Köln, 1 zu 2. Nikolas Höfler, Jean-Jean Wun, Luca Waldschmidt, Nils Pettersson, Anton Birello, Timo Horn, Raphael Schischos, Jonas Hector, Kingsling Inspire, Sebastian Borchnav, Jörger Verstete, Anglesi Schindler, Luis Schaub, Dominic Draxler, Elias Skari, Antoni Modeste, 17.33 Uhr. 17.33 Uhr. Das ist wichtig.